hallo meine freunde und willkommen zurück zu subsmich brazas heute schauen wir uns vario an vorgeschlagen wurde es von klapsi junior ja von klapsi und er wario wario ich mag war nicht es ist einfach die art wieder guckt euch den mal an keine ahnung ist irgendwie nicht so mein typ guckt euch wario keine ahnung kann ich mich nicht mit anderen freunden aber wario ansonsten kann ich kann zu wario auch so gar nichts sagen muss ich sagen ich meine er wäre mal sehr stark gewesen bei brawl kann das sein bei brawl ich bin mir gerade nicht sicher wo ein ganz weltklasse chic der nur dasselbe macht ein weltklasse chic oh ok ok warte mal ich habe mit wario noch nie gespielt ich bin gerade mal am gucken was überhaupt so kann mit wario habe ich schnell okay 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 das ist also die recovery tech ok wollte nehmen nimmt man den items noch mal auf ich bin verwirrt alter bang 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 das kürpfende kanguru chic zu kaufen für 2 299 bei teleshopping was macht es rum hüpfen und nerven ein Schiek wie es im Buche steht ja what the hell ne ne oh jetzt ja oh man der Smash von Vario ist so langsam aber naja das ist so ein typischer Schiek hier oh nicht getroffen, schade oh lol irgendwie ich hab gedacht ich hab meinen Doppelsprung noch aber ich hatte den irgendwie nicht mehr war ein bisschen komisch aber der Schiek, keine Ahnung Schiek mag ich nicht also gegen einen Schiek zu spielen das ist so Abfuck pur vor allem wenn die rumhüpfen wie so ein Bouncing Ball und nichts weiter machen außer Spring also Springattacke da diese Springattacke da Springattacke, Springattacke dann diese Side B ist diesen Wuschbomb mehr macht ein Schiek nicht also der hat zumindest letztlich mehr gemacht nervig war das doch schon wieder der Typ gegen den wir eben die ganze Zeit gespielt haben ist ja nervig Alter wie viel spielt denn gerade fünf wo ist ein Vario hier da na jetzt spielen wir gegen Thad oder Sard bumm hieß nicht irgend so ein Rapper auch so Sard ne ist was ne doch Sard doch klar jetzt gibt es auch einen Rapper der heißt Sard oder oder mich will gerade natürlich Käpt'n Falken hallo und er laggt der Käpt'n Falken man ich bin so fett Hock'n Kick ich bin der fetteste Vario aller Zeiten das ist mein Bike oh man die Smasht-Attacke ist schon wieder so langsam das ist so ne Ungewöhnheit ich hab kurz vorher ähm Marf Marf ähm aufgenommen und der ist natürlich ein bisschen schneller als so ein so ein dicker Vario fack'n patsch fack'n kick verseucht mit Kalpen Falkens genauso wie verseucht in Minecraft mit Kängurus und Engelpaaraken Kids Kalpen Falken Alter ich weiß nicht kann ich mich nicht mit anfreunden ey Käpt'n Falken Punch Kick Schneelattacke was laggt Kollege du laggst machen wir was an deinem Internet Falken Kick Ich könnte Synchronsträcher werden Oh schon wieder dasselbe ich hab ja irgendwie hatte ich meinen Double Jump nicht mehr ich versteh nicht warum oder er ist so fett der Vario dass die Schwerkraft den nach unten zieht das kann natürlich auch sein who knows ne ach man ey eins gegen eins ba 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 versteht das hieß die Bu Salami oh Salami ha ich hab noch nicht gefrühstückt Bock auf Salami jetzt auch ich weiß gar nicht wie viele Smash Bros muss ich denn aufnehmen drei oder warte mal der ist jetzt für für welchen Tag ist der Part kann mir jetzt jemand sagen ich weiß gerade gar nicht für welchen Part ist der Tag heute aber Dienstag der ist ja für Donnerstag und dann noch ein für Samstag ok jobisch ich bin nämlich ein bisschen ein bisschen Zeitdruck oh Donkey Kong Battle der Fettwänste what the fuck ich mach einfach irgendwas irgendwie entweder ist das gut oder ist das schlecht ups hui flieg Donkey Kong lol hab ich angepupst ich hab den angepupst flieg Donkey flieg und sieg wie heißt der Sebi oh du benutzt meinen Spitznamen also ja nur mit Y geschrieben Y Y ja Y oh decay rastet aus decay ist ein Rampage Maut hui oh oh du warst zu fett ich bin auf ihn gesprungen und er leckt schon wieder oder das bin ich kann auch sein aber ich hoffe einfach mal nicht flieg mein schmeck mein Motorrad wie geil war das denn erst mal geguckt wo ist mein Bike hin was da what the fuck hui yeah ich hab mit dem dicken Wario gewonnen was da los Alter easy ey oh man Alter aber ich muss sagen also diese Wario Spiele ich kenne nur ein Wario Spiel das habe ich auf dem Gameboy immer gesucht aber das ist schon Ewigkeiten her ey da ist Sebi Sebi Junior ohne Witz krass das ist bestimmt Sebastian aber ich muss sagen also also die Wario Spiele oder dieses eine also nur ein Wario Spiel mag ich ziemlich gerne ich weiß nicht wie heißt das denn nochmal ich weiß es nicht mehr aber das war ziemlich cool das habe ich zwar ich weiß gar nicht ob ich das durchgespielt habe ich glaube nein nicht aber es war cool es war cool es war cool auf dem Gameboy war das Palutena ernsthaft hui friss meine Attacke ich bin dick und heißer Wario und du bist hast grüne Haare hast du du machst nur dasselbe hui nein lass doch mal ich will mit meinem Bike zur Werkstatt gehen Mann Palutena Alter oh oh achso ja mein Bike war ja das liegt ja da oben Alter was das denn für ein Spieler Alter voller asoziale Spieler ach du scheiße wie das aussieht Mann wow lol mein Bike ist nicht da gib mir doch mal mein Bike Mann was ist los mit dir was bist du ein Feierender ey was bist du für ein Spieler richtiger mein Bike ist nicht da Spieler oh Mann Alter das war so ein Spieler den ich ein Bitch Slap in Real Life geben würde außer man kennt sich dann ist es was anderes aber so sollte man schon Respekt zu anderen haben so ein bisschen also ich glaube das sollte vorhanden sein Mister ja gut der sieht schon so aus der sieht schon so aus als ob ich den einen klatschen würde in Real Life gut lass mal das der Rikard die Russen sind da ich weiß gar nicht wusstet ihr das? also für die Neueren die jetzt nicht mal 50 Abonnenten Special geguckt haben wusstet ihr dass ich halber Russe bin? sieht man mir nicht an ne? oh schon wieder eine Palutena könnten wir mal gegen ordentliche Charaktere spielen hui erst mal direkt einen SD gemacht ein Palutena ist schneller als ein Wario what the fuck armen oder so ich verstehe mal armen hui tschüss man ich habe keinen Bock gegen Palutena zu spielen man ist das dasselbe? ist das auch? ne das war ja Rikard gegen den wir jetzt gespielt haben gegen Rikard die Russen sind da oh man ey Wario keine Ahnung dass ich mit dem nicht spielen kann haben wir klar ey ich habe keinen Bock gegen Palutena zu spielen ist ja genauso schrecklich wie Little Mac ey den spiel ich als nächstes wie gesagt ich nehme drei ich nehme immer drei Parts am Stück auf und wo ist denn der dicke da gegen Leslie oh hallo Leslie what's up hui ich bin ein dicker kleiner Navarro mit einem komischen Kinn mit so einem Arschkinn gegen Fox hui hallo Fox oh Gott ja hoi oh 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 danke nein what the fuck ich habe gedacht ich hätte den eventuell noch mit gecancelt aber den war nicht so aber ich komme mit dem Bike auch nicht klar ich komme allgemein nicht klar das ist mehr so eine just for fun Runde ist ob ich ernst spiele das Problem ist das wissen die Gegner ja nicht mit dem Charakteren die mich so gar nicht interessieren die spiele ich just for fun nicht weil ich sie lernen will hui ach ich kann ihn essen stimmt hui tschüss man tschüss man oh man war so scheiße ich bin den Part jetzt auch hier ich habe auch keinen Bock auf den Nahe und mehr ich danke fürs Zuschauen Leute und ich hoffe wir sehen uns am nächsten Mal wieder wie wir das Zoom jetzt ich zoome jetzt einen aus dem wir noch nicht hatten weil keiner mehr was meldet sich was ich spielen soll in der Beschreibung steht dass wir nicht gespielt worden sind deswegen suche ich mir zu den nächsten Part einen raus gut bedank fürs Zuschauen Leute und ich hoffe wir sehen uns nächstes mal Auf Wiedersehen und Tschau Tschau